Hallo! Hallo! Wie geht's? Es geht mir gut danke um dir. Sehr gut danke. Wie heißt du? Ich heiße Ioana. Und wie alt bist du Ioana? Ich bin elf Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Stefanisch. Hast du Geschwister Ioana? Nein, ich habe keine Geschwister. Ich bin Einzelkind. Ok. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist blau. Ok. Was isst du gern? Ich esse gern Pizza und Pasta. Ok. Wie ist die Pizza? Pizza ist lecker. Ok. Gut. Sag mir bitte Ioana, welche sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind ins Kino gehen, am Computer arbeiten und einkaufen gehen. Einkaufen gehen. Weiter, sag mir bitte, welcher ist dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Ski laufen. Seit wann treibst du diesen Sport? Ich treibe diesen Sport seit drei Jahren. Wie findest du diesen Sport? Ich finde diesen Sport interessant, attraktiv und schön. Wo treibst du diesen Sport? Ich treibe diesen Sport im Gebirge. Ok. Und Ioana, sag mir bitte, warum treibst du diesen Sport? Ich treibe diesen Sport, denn es macht mir Spaß. Ich treibe diesen Sport, den ich will abnehmen. Und ich treibe diesen Sport, denn ich bin die Geschwindigkeit. Ok. Sehr gut. Das ist alles. Tschüss. Tschüss.